Musik Willkommen zu einem neuen Vorstellungsvideo. Ja, heute ist Dragonfly dran, mein erster Trakena. Mein Stütchen, ja, sie ist mittlerweile schon etwas trainiert und ich muss sagen, so viel Spaß beim Training wie mit ihr hatte ich schon länger nicht mehr. Also es gefällt mir sehr, sehr gut, wie sie zu handhaben ist und ja, optisch ist sie einfach sehr, sehr gut gelungen, finde ich. Und ja, ich mag es definitiv. Die Trakena sind eine sehr, sehr tolle, gut gewonnene Rasse und ja, meine erste Dragonfly-Championate haben wir noch nicht gemacht. Sie ist auch noch nicht ganz austrainiert, aber das kommt noch und ich bin mal gespannt, wie wir uns dann in den ersten Championaten schlagen werden. Ja, ich hoffe, euch gefällt ihr Video. Ja, ich hoffe, euch. Ich hoffe, euch. Ja, 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 ich hoffe, euch.